Hey! Was? Hör zu! Ich hab was gefunden. Was groß ist. Den Schlüssel, um das gesamte System zu stürzen. Du musst ihn Samantha bringen. Samantha? Roka, die Daten wurden gerade auf dein Telefon hochgeladen. Du kriegst es mit Kopf und dem Haus zu tun. Ich hab dir Koordinaten geschickt. Da wirst du sie los. Bin unterwegs. Und Soja, Roka ist nicht die Einzige, die stinksauer ist. Was ist das? Hier, Lincoln 30, ich verfolge einen möglichen 411. Alle Einheiten, Lincoln 1 30, führt eine Code der Reichsverfolgung durch. Er bitte Meldung. Boah. Ja. Das hätten wir jetzt. Ja. Zentrale, versucht den Wagen auszuschalten. ... aus dem Verkehr zu ziehen. Hier, Edm 1 13, unser Wagen ist schrott. Rechne ab. Okay, verstanden. Hier, Edm 1 6, wir haben eine schwere Kollision mit dem Zielfahrzeug. Zentrale, versuchen das Zielfahrzeug abzudrängen. ... aus dem Verkehr zu ziehen. Ich bin unterwegs. Der Stamm. Es geht weg. Der Stamm. Der Stamm. Alter. Alter. 411. Linken 1.30, wo befinden Sie sich im Moment? In öffentliche Richtung durch New Haven Lake. Ach, komm. An alle verfügbaren Einheiten, Linken 1.30 benötigt Unterstützung bei einer Verfolgung. Wow. Versuchen, den Waage festzusetzen. Wir haben einen kleinen Remplapper pass. Zielfahrzeug fährt Richtung Westen und nähert sich den New Haven Cabin. Verstanden, nur 10 Personen. Zentrale, hier Adam 6. Für uns ist die Verfolgung beendet. Verstanden. Zentrale an alle Einheiten. Die Highway Patrol unterstützt uns mit Straßensperren. Seien Sie darauf vorbereitet. Fahrzeug an Straßensperren passiert. In Ordnung. Zielfahrzeug wird langsamer. 4A16, unser Waage ist bestätigt. Brechen die Verfolgung ab. Bestätige. Ist das absolut für euch? Nein. Wo bist du? Ich bin unterwegs. Mit der halben Welt im Nacken. Viel Glück. Boden abgehängt. Versuchen die Verfolgung später wieder aufzunehmen. Wir sind weg. Hier der 30. Ich gebe Verfolgung auf. Mein Wagen ist zu stark beschädigt. Alles klar, verstanden. Scheiße. Wir haben A22, wir sind jetzt vor dem Zielfahrzeug. Wir haben das Zielfahrzeug. Fahrzeug wurde durch die Barrikade verlangsamt. Wir haben das Zielfahrzeug. An alle Einheiten. Die Highway Patrol legt gerade Nagelbänder aus. Seien Sie also vorsichtig. Hier sind 6. Die Nägel haben nichts gebracht. Die Person konnte sie umfahren. Verdächtiger hat angehalten. Hier lenken 1,30. Mein Wagen hat einen Sokalschaden. Okay, verstanden. Fahrzeug fährt nach Norden. Nährlich breit. Verstanden. Code Dye. Objekt fährt Richtung Norden und nähert sich Braxton. Was zu steuern wir, Soldat! Zentrale an Adam 1,6. Wo sind Sie gerade? Ich bin unterwegs. Und Sokalschaden. Broker ist nicht die Einzige, die stinksauer ist. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Adam 1,13. Haben Sie Ihre Informationen über das Zielfahrzeug? Das Fahrzeug ist ein Audi S5. An alle verfügbaren Einheiten. Adam 1,13 benötigt Unterstützung bei einer Verfolgung. Was ist neu? Ich habe nie kurz gefunden. Das ist wunderbar. Der S5 hat etwas gefunden. Ein anderer ist wie ein Schlüssel. Achtung an alle Einheiten. Die Highway Patrol hat im weiteren Straßensverlauf Sperren errichtet. Oh, geil, das geht. Er ist geliefert. Er ist geliefert. Er ist geliefert. Ich bin unterwegs. Und Zulter, Volker ist nicht die Einzige, die stingsauer ist. Das hier ist meine Pflicht, ein Leiternbau. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Und grüßen Mac von mir. Hier, Adam 1-6, verfolgt ein Audi S-5. In Zulterricht und nahe den New Haven Cabin. An alle Einheiten, Adam 1-6 verfolgt ein Audi S-5. Zielperson fährt in südlicher Richtung, nahe den New Haven Cabins. Fahrzeug fährt nach Westen. Mehr Sicht den New Haven Cabins. Ich hab die Cops und das Haus am Hals. Der Soldier hat etwas gefunden. Er nannte es den Schlüssel. Zentral hier, die Highway Patrol errichtet gerade Straßensperr. Die 1-5-30, Zielfahrzeug nicht mehr in Pflicht. Zentrale Straßensperre wurde umfahren. Wir drängen ihn. Die 1-5-30, ich bin raus. Mein Wagen hat einen Totalschaden. In Ordnung. Wo bist du? Ich bin unterwegs. Mit der halben Welt im Nachhinein. Wagen in sämtliche Einheiten. Die halbe Partion hat vor Ihnen Nagelbände ausgelegt. Beständiger. Ich bin unterwegs. Ah, das ist das Junge. Bin unterwegs. Und so, Joker, Broker ist nicht die einzige, die stinksauer ist. Das hier ist meine Pflicht, der Lande, Rocks-Jones. Die 1-5-30, verfolgt ein eventuell gestohlenes Fahrzeug in sämtliche Richtung bei den New-Helpen-Cabins. An alle verfügbaren Einheiten. NM-1-35 benötigt Unterstützung bei einer Verfolgung. Fahrzeug fährt nach rechts. Ich habe die Brommer unter Sohn aufhals. Der Soldier hat etwas gefunden. Mehr Gang. Der ist den Schlüssel. Die Sitzschwerre war wirkungslos. Zielpersonen jetzt an. Gear Adam-1-6, unser Motor ist hin. Schicken Sie uns einen Abschleppwagen. Bestätige. Zentrale, die Zielperson versucht mich aus dem Spielen zu nehmen. Wo bin ich? Ich bin unterwegs, mit der halben Welt im Nacken. Linken 1.30, haben Sie ein Positionsoption für mich? In westlicher Richtung, durch New Haven Lake. Verstanden, Schiefe. Zoom fährt in westlicher Richtung, durch New Haven Lake. Zentrale, hier Adam 6, für uns ist die Verfolgung beendet. Alles klar, verstanden. Ja, 35 Meter Schwerbe kommt schon mit dem Zielfahrzeug. Hier Adam 13, versuchen zu rammen. Hier Adam 13, unser Wagen ist schrott. Rechte ab. Okay, verstanden. Ach, was ist das? Krass! In westlicher Richtung, durch Mount Providence. Verfolgung läuft in nördlicher Richtung, durch Mount Providence. Der A1-6, Zielperson hat angehalten. Jetzt haben wir ihn. Die A13, unser Motor ist zählend. Müsst ihr die Verfolgung aufgeben? Verstanden. Adam-6, haben Sie die Zielperson verhaftet? Die Zielperson... Versuchen Zielperson zum Anhalten zu zwingen. Ich hoffe, ihr könnt mal einstecken. Die Zielperson fährt weiter. Alles klar. Zentrale, die Zielperson hat uns abgehängt. In östlicher Richtung nahe der Solidarchurch. Ich versuche jetzt, die Zielperson zu haben. Zentrale, Zielverzeug hat so gut wie gestoppt. Hier L30, ich leite ein Ramm-Manöver ein. In nördlicher Richtung durch den Mount-Grain-Tunnel. Meldung erhalten, L30. Der A13, wir werden jetzt trennen. Der A13, wir brauchen einen Abschlepper. Unser Wagen ist hin. Verstanden. Adam-6 ist die Festnahme erfolgt. Ich bin unterwegs. Und so, Jack. Broca ist nicht die Einzige, die stinksauer ist. Digger, mein BMW Grab 380 Euro ist begeraden. Digger, der Schiff ist durch die New Haven Cabins. Zentrale, die Highway Patrol richtet gerade Straßensperren. Verstanden Zentrale, Zieferzeug hat es durch die Straßensperren geschafft. Die A13, wir müssen die Verfolgung beenden. Genau, genau. Haben wir morgen noch ein Getäle verpasst, aber er hilft nichts ab. Wo bist du? Ich bin unterwegs, mit der halben Welt im Nacken. Viel Glück. Da zahle ich dir ein. Adam 1, 310, wie lautet Ihre aktuelle Position? In westliche Richtung durch Mark Providence. Bestätige. L-30 ist aus dem Spiel. Melde mich als Primäreinheit ab. Adam 35 ist im Fahrzeug dran für den Primäreinheit. Alles klar, verstanden. Hier werde mein 6, haben das Fahrzeug beschädigt. Was ist das? Wir haben eine Warnwirkung gezogen, Zentrale. Adam 13, unser Wagen ist short. Beende die Verfolgung. Okay, verstanden. Sind beim, was wir so im Kurs angehen. Mal ein bisschen besser geht. Wir wollen alle Einheiten, die Highway Patriot hat vor ihnen Nagelwände ausgelegt. Wir versuchen Sie zu stoppen. So, Alter! Die HLM-35 versuchen zu rammen. Sie vertraut beweglich Richtung Norden und nähert sich Braxton. Bestätige flüchtige Person fährt Richtung Norden und nähert sich Braxton. Versuche ihn festzunehmen. Warten rammen ein. Hier enthalten sich die Person an die Fahrzeuge an. Zentrale hier, Adam 6, für uns hat die Verfolgung beendet. Verstanden. Zentrale, Zielfahrzeug hat uns gerade heftig gerammt. Verstanden, Anhaler einhalten, Zielpersonen haben unsere Fahrzeuge. In nördliche Richtung nahe der Soledad Church. Hier, Linken 30. Ich habe Totalscheiden. Wir brauchen neue Premier-Einheit. Zentrale, hier, Adam 1,35 übernehmen als Premier-Einheit. In nördliche Richtung durch den Mount Rain-Tunnel. Hier, Adam 1,35. Unser Wagen ist zählend, fordern wir in der neuen Premier-Einheit an. Hier, der Mainz, 39, übernehmen die Führung, Zielpersonen direkt vor uns. Genau, noch. Alter, ist doch kein Mist. Hier, der Mainz, 39, übernehmen die Führung, Zielpersonen direkt vor uns. Adam 1,35, wie lautet Ihre aktuelle Position? In nördliche Richtung durch Mount Providence. Verfolgung läuft in nördliche Richtung durch Mount Providence. Ich klicke die nicht nur. Was geht denn jetzt an? Muss ich jetzt mal selber probieren? Oh, das ist die Kacke. Oh, das ist die Kacke. Ich klicke. Oh, das ist die Kacke. Ja, gestern. Gestern Nacht, kurz die erste Mission. Ja, ja, ich hab die Tarn genommen. Da kannst du ja den nehmen, was du bei 1 hast. Das hat nicht mit dem gleichen Level, sondern nur das Aussehen. Und sich sehr auswiegend beim 1. Ja, ja, klar, ich muss alles mal leveln, klar. Ja, ich glaub, die habe ich schon. Ja, die musste ich noch haben. Das mit Clan, um diese Scheiß-Dinger zu machen. Hast du da paar Leute? Weil ich kenne, ich kenne auch noch zwei, wo eigentlich das machen, oder mit dem ich es gemacht habe, zum Beispiel. Das wäre Thomas und Hoshi beim 1er. Mit denen habe ich es gemacht. Nein, noch nicht, aber ich werde es mir noch holen. Und das ist ja auch nicht hier schon, ich bin schon, ich bin schon in diesem Clan da von diesem Hoshi, aber das war vom 1er, das ist wahrscheinlich übertragen. Doch, ich habe geguckt, gestern, da war ich noch drin, Thomas und diese Hoshi. Ja, wer weiß, ob der das Spiel. Ich habe es geschenkt gekriegt, ehrlich gesagt, von der Anna. Der Destiny. Und Need for Speed vorgestern. Keine Ahnung, der gesagt, weil ich immer das Ding so auf die Tochter aufpasse auf das, als Dankeschön. Nein, das ist gerade irgendwo. Die andere. Da muss noch ein Spiel her. Da muss noch ein Spiel her. Spiel ist ja. Bei bezahlen. Bei bezahlen. Ich komme nicht weiter, Alter. Jetzt schon. Muss mir jetzt eine Stiko-Sport-Karre kaufen. Tobi ohne Witz, ich komme richtig weitergehört. Okay. Ich muss das eine Rennen machen. Ich weiß nicht, ob du es machst. Rundkurs, wenn das so im Kreis ist. Ja, ja. 320 empfohlen. Mein Mann hat Gartner 288. Bis jetzt. Da bin ich auch eine Weile rumgelegt. So. Für Nein wagen und so. Gestern noch ging es noch. Ja, das macht es. Die macht immer dann, wenn ich Zeit habe. Hehehe. Okay. Ist gut der Kopf, oder? dieses ding aus metall da kommt er die kohle reingehr dieses stein katz was bist du bei den vielen bei das ich bin unterwegs und solcher ist nicht die einzige die steckt ich bin unterwegs die nm 1 35 verfolgen eine wird gestohlenes von r6 richtung bei den grünen körpern er hat sich um weitere details über das zielfahrzeug das fahrzeug ist alle einheiten Adam 1-35 führt eine Code-3-Verfolgung durch. Er bitte Meldung. Ich habe den Zielfahrzeug gerammt. Das ist an den Arbeiten, oder? Die Zielfahrzeug ist momentan Richtung Westen und nähert sich den New Haven Cabins. Verstanden, Zielpersonenheit Richtung Westen und nähert sich den New Haven Cabins. An alle Einheiten, die High-Vampage-Troll-Bot vor Ihnen, Straßensperren auf. Zentrale, die Barrikaden konnten das Zielfahrzeug verlangsamen. Die L-1-30 muss Verfolgung aufgeben, verleiht Führungseinheit aus. Die L-1-6 sind in Schlagweiz, übernehmen die Zürcher. Ist das eine neue Karre, oder was? Alles klar, verstanden. Die L-1-30, gebe Verfolgung auf. Mein Wagen ist zu stark beschädigt. Okay, verstanden, nur bitte. Ich bin unterwegs, mit der halben Welt im Nacken. Ich bin unterwegs, mit der halben Welt im Nacken. Ich bin unterwegs, mit der Halben-Welt im Nacken. Die L-1-6, wir haben ihn nicht zu verwollt. Adam-1-6, wir haben den Kontakt zur C-Person verloren. Das Fahrzeug ist durch die Barrikaden gebrentert. Verpiss dich! Wir haben ihn die Tür verbeugt, Zentrale. C-Person versucht mich abzudrängen. Die Zentrale, wir erhalten Unterstützung von der Highway Patrol. Achten Sie auf Nagelbänder. In Ordnung. Zielperson hat die Nagelbänder umfahren. Ach so, ich bin unterwegs. Zielfahrzeug ist aufgewickelt. Ach so, ich bin unterwegs. Negativ, Zielperson ist weiterhin flüchtig. Und denn was zur Hölle bin ich da noch eingeraten? Hier haben wir 22 bereit für den Einsatz. Wir kommen das Zielfahrzeug. Zentrale, die Zielperson hat uns heftig erwischt, aber wir bleiben dran. Wir sind raus, Zentrale. Unser Wagen hat zu viel abbekommen. Verstanden. In nördlicher Richtung, A, der Solidar Church. Meldung erhalten, Lm 13. Ja, 35. Ich wüsste, wir brauchen einen Napschleppwagen. In Ordnung. Lm 13, Fahrzeug ist aufgelandet. Hier, Lm 6, sind auf dem Spiel. Meldet uns als Primäreinheit ab. Hier, Lm 1 13, sind hinter ihm. Übernehmen als Primäreinheit. Bestätigen. Hier, Lm 6, Zielfahrzeug außer Sicht. Stumpf, 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 Stumpf. Ich bin unterwegs. Und Souljift, Volker ist nicht die Einzige, die stinksauer ist. Wir sehen uns auf der anderen Seite und grüßen Meckmann. Adam-1-6 hier, verfolgen momentan einen 14. Adam-1-6, Herr Bütter. Angaben zu ihrer aktuellen Position. In örtlicher Richtung nahe den New Haven Cabin. An alle verfügbaren Einheiten, Adam-1-6 benötigt Unterstützung bei einer Verfolgung. Adam-1-6, wie lautet ihre aktuelle Position? In örtlicher Richtung durch New Haven Lake. Verfolgung läuft in örtlicher Richtung durch New Haven Lake. Fahrzeug fährt nach Westen, nährt sich den New Haven Cabins. Verstand, vier Personen fährt Richtung Westen und nährt sich den New Haven Cabins. Zentrale brechen abgebildet, wirst du nicht folgen. Zentrale hier, die Highway Patrol errichtet gerade Straßensperren. Grad felt心 Risiko. Auf Wiedersehen sauf sie das Abfeld. 枉